Die Welt ist voller Zauber. Aus Winter wird Frühling. Aus kleinen Bären werden große. Eine nie endende Verwandlung. Walt Disney präsentiert Ein brandneues Meisterwerk. Sind wir bald da? Nervlich, wir haben gerade unsere Formation gebildet. Du weißt nicht, wo die sind. Du hast gerade geredet. Wir gehen keinen Schritt mehr. Wir verziehen uns. Was ist bloß los? Was ist los, Bären? Ich bin kein Bär. Ich lach mich krank. Da bist du wohl ein Riesenbiber. Weißt du wirklich? Ich bin ein Mensch. Ich bin in einen Bären verwandelt worden. Durch Zaubereich. Ich bin... Gesundheit. Wisst ihr zufällig, wo die Nordlichter die Erde berühren? Ja, nein. Äh, nein. Hey, ich weiß, wo das ist. Ehrlich? Ja, komm mit. Ich heiße übrigens Koda. Sprich mir nach. K-O-D-A. Mit mitreißender Musik von Phil Collins. Ich will ja nicht angehen oder so. Aber formiert sie denn sogar die Bäume? Ach, wirklich? Zögel dich ein bisschen mit deinem Teddybäger-Schmuse, ja, mein Kleiner? Die Wahrheit ist, ich habe meine Mama verloren. Wer mit den Augen des anderen sehen kann... Diese Monster können einem echt Angst einjagen. Vor allem die mit den Stöcken. ...und mit dem Herzen des anderen fühlen kann... Koda, hab keine Angst. ...der weiß, wie es ist, einen Bruder zu haben. Ich wollte schon immer einen Bruder haben. Koda! ...hinein, pass auf! Walt Disneys Meisterwerk. Bärenbrüder. Auf Video und Disney-DVD. ...